Nusret Amca, Walabila, ich hab meine Ehre gottlos verloren, Yane. Du musst mir helfen, sie zu finden, ja? Tsch, Tunjai Kandesh, ich bin hier, Bruder. Digger, äh, wo? Direkt zwischen dem AMG-Schlüssel und dem Grießbrei mit Schlimmerfilet-Geschmack, Bruder. Oh, Nusret Amca, du bist ja ein... Ich hab mich in ein Sujuk verwandelt, Tunjai, Bruder. Ich bin Sujuk Nusret. Aber jetzt lass deine Ehre wiederfinden, Bruder. Nusret Amca, wo sind wir, Yane? Bruder, das ist eine Dimension, wo all man's nett zu uns sind. Ah, guten Tag, die Herren. Ich behandle sie mit viel Respekt und pflege keine Vorurteile gegenüber sie. Sie sind herzlich willkommen und ich freue mich, viel von ihnen lernen zu dürfen. Moment Nusret Amca, das ist unmöglich, das geht nicht. Boah, fast hätten wir deine Ehre wiedererlangt, Tunjai. Dann bleibe ich halt ehrenlos. Uff ja. Vielleicht gibt's noch weitere Dimensionen, Habibi, wo du deine Ehre wiedererlangen kannst. Lass jicksen, Bruder.